Ja, Foxy, du darfst ja trotzdem reden. Du darfst es ja trotzdem sagen, wie wo was. Ich darf reden. Ja. Ja. Wups. Ach ja, bei Download und Upload nach Möglichkeit nicht töten, weil die halt ewig dauern. Das war ja auch nur ne Regel. Ich weiß nicht, ob das bei dem Podos-GT-Ding da schon drin ist, dass das da automatisch vielleicht drin ist, dass man das eben nicht bekommt. Bis jetzt habe ich noch keinen Halbensieg bei Podos-GT gespielt. Wir haben immer nur die richtige Map gespielt. Also die neue Map. Okay. Karte, first try. Yay. Ach, ich weiß, wer es ist. Äh, hallo, Lucy. Ja. Warte. Es ist Niklas. Oh. Wieso kann ich ein Vent usen? Was kann ich denn da machen? Äh, das ist auch ne neue Task. Du kannst den Vent usen. Aha, ja, ich hab's grad. Ich kann den Vent reinigen. Ja. Echt? Ja. Alter, sag doch, dass Niklas da ist, Mensch. Ich schreie die ganze Zeit was er was sagt. Alter, die Zeit wollen sie den Upload machen. Ja. Die haben den Upload-Monitor vergrößert. Ah, wie kannst du denn aus? Naja, jetzt renne ich gleich in ihn rein, geh ich von aus, ne? Geh einfach, geh einfach. Geh mir aus den Augen, du Hund. Fertig. Oh, hallo, Foxy. Hallo. Vielleicht soll ich meine Position nicht verraten. Das ist nicht so die schlauste Idee. Wieso? Du hast meinen Geist gesehen. Hm. Oh, ja. Ich habe deinen Geist gesehen. Also, ich finde, man sollte... Yay! Man sollte auch nicht während des Reactors fixen, also während des, wenn man da dieses Muster macht. Simon Sess. Ja, Simon Sess killen.